So, kaum angekommen, ging es natürlich erstmal wieder zum Strand. Und ja, meine Eltern haben sich gerade sogar umgedreht, weil ich gerade ein Video mache und spreche. Ja, kaum sind wir angekommen, da ging es auch schon zum Strand. Ihr seht es, ist das nicht herrlich? Endlich mal wieder Sand unter den Füßen. Und wir laufen jetzt gerade noch ein kleines Stückchen. Und ja, meine Eltern laufen vorne weg mit ihren Stöckchen. Und wir werden jetzt noch ein bisschen die Freuden der Seeluft genießen. Ist jetzt auch schon für mich auch eine Erholung, weil meine Erkältung mir doch sehr zu schaffen macht. Und da ist es auch gut, wenn man mal wieder ein bisschen Salz in die Nase bekommt. Und ein bisschen Salzluft, es reinigt die Nase und den Rachen. Scheinbar haben meine Eltern was gefunden. Ich kann ja mal die umdrehen. Ach, das geht jetzt so nicht. Hast du was gefunden? Oh, darf ich mal? Ja, ich zeige euch mal was. Einen Seestern, der noch lebt. Und den werde ich jetzt auch schnell wieder ins Wasser tun. So. Oh. Ein Schlangenstern. So. Ach, ist das herrlich. Ja, Tatsache, so viele Schlangensterne. Wenn wir sie überhaupt sehen. Wahrscheinlich sind wir schon auf einige drauf getrampelt. Und es bleibt nur die reinzuwerfen. So. Kleine Rettungsaktion. Ich melde mich gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.